meine lieben damen und herren herzlich willkommen zum ersten teil des zitter videos ich hoffe sie haben spaß dies ist die innere weberstraße was sie hier sehen das ist das dornsbach haus es wurde 1533 erbaut das ist das rad das wurde 1845 von karl augustrand nach plänen seines lehrerschen gebaut das alte gotische radhaus brannte 1757 ab aus dem schutz konnte man das alte stadtwaffen von 1533 bergen der bürgermeister von zitterer ist thomas senka dies ist der filmpalast erzogers schon in der ddr zeiten existiert das meine lieben zuschauer das ist der marktplatz er wurde von zwei neu saniert so 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 Musik Er wurde 1585 von Matthias Zimmermann erbaut und ist der älteste erhaltende Pony in der Stadt. Das Seiden ist die Klosterkirche. Sie wurde 1260 bis 1290 erbaut. Musik Was Sie hier sehen, das sind die Flasche Benke Sivo und 848 als Markt eröffnet. Musik Musik Dies ist der Samariter Innenbrunnen aus dem Jahre 1679. Musik Das meine Herren, das ist Salzhaus. Es wurde 1511 als dreistückiges Gebäude erbaut. Musik Der Vorsicht bei den Herkulesbrunnen. Er ist schon aus dem Jahre 1708. Musik Musik Das war's mit dem Video. Ich hoffe, Sie haben Spaß und schalten das nächste Video ein. Musik 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 Musik